Bei der Textanalyse geht es darum, die Bedeutung von Textdaten zu verstehen und daraus Erkenntnisse abzuleiten. Dies kann für eine Vielzahl von Geschäftsentscheidungen genutzt werden. Z. B. Welche Produkte produziert werden sollen, wo neue Geschäfte eröffnet werden sollen oder welche Kunden am ehesten auf eine Marketingkampagne reagieren. In diesem Beitrag wird erörtert, wie Textanalysen für Geschäftsentscheidungen genutzt werden können, und es wird ein Leitfaden für Einsteiger gegeben, der den Einstieg erleichtert. Wir befassen uns mit der Formulierung von Analysefragen, der Auswahl des richtigen Toolsets, der Vorbereitung Ihrer Datendatei, der Durchführung von Worthäufigkeitsanalysen und vielem mehr. Am Ende dieses Leitfadens werden Sie in der Lage sein, Textanalysen zu nutzen, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Fangen wir also an. Der erste Schritt bei jedem Textanalyseprojekt besteht darin, die analytische N-Frage N zu formulieren, die Sie beantworten möchten. So können Sie bestimmen, welche Art von Daten Sie benötigen und wie Sie diese am besten analysieren können. Wenn Sie beispielsweise versuchen, die Stimmung der Kunden zu verstehen, könnten Sie Fragen stellen wie, was denken die Kunden über unser Produkt? Sind Sie mit unserem Service zufrieden? Was sind Ihre Schmerzpunkte? Die Beantwortung dieser Fragen kann Ihnen helfen, Entscheidungen darüber zu treffen, wie Sie Ihre Produkte verbessern können und Dienstleistungen. Es gibt eine Vielzahl von Textanalyse-Tools, jedes mit seinen eigenen Stärken und Schwächen. Die Wahl des richtigen Toolsets hängt von der Art Ihrer Daten und den Fragen ab, die Sie beantworten möchten. Zu den gängigen Textanalyse-Tools gehören Textverarbeitungsprogramme, Tabellenkalkulationen, Datenbanken, Statistiksoftware und Tools zur Verarbeitung natürlicher Sprache, NLP. Textdaten können aus einer Vielzahl von Quellen stammen, zum Beispiel aus Beiträgen in sozialen Medien, Kundenrezensionen, Umfrageantworten, Chatprotokollen und mehr. Es ist wichtig, eine Datenquelle zu wählen, die die Informationen enthält, die Sie zur Beantwortung Ihrer analytischen Fragen benötigen. Wenn Sie zum Beispiel Folgendes verstehen möchten, um die Kundenstimmung zu ermitteln, benötigen Sie Daten, die Kundenmeinungen enthalten auch das Format der Textdaten ist wichtig. Textdaten können unstrukturiert, zum Beispiel. Freiformtext, halbstrukturiert, zum Beispiel. Strukturiert mit einigen unstrukturierten Elementen oder strukturiert, zum Beispiel. Tabellarische Daten, sein. Jede Art von Daten erfordert unterschiedliche Vorverarbeitungs- und Analysetechniken. Sobald Sie eine Datenquelle und ein Format ausgewählt haben, ist es an der Zeit, die Datendatei für die Analyse vorzubereiten. Dieser Schritt umfasst Aufgaben wie das Entfernen doppelter Datensätze, die Standardisierung von Formaten und die Tokenisierung von Text. Bei der Tokenisierung wird eine Textfolge in kleinere Teile, sogenannte Token, zerlegt Analyse der Worthäufigkeit. Die Worthäufigkeitsanalyse ist eine Methode der Textanalyse, bei der gezählt wird, wie oft Wörter in einem Dokument vorkommen. Sie kann verwendet werden, um die häufigsten Wörter in einem Text zu finden und um ungewöhnliche oder seltene Wörter zu identifizieren. Die Worthäufigkeitsanalyse ist auch als lexikalische Analyse bekannt. Wie lässt sie sich auf die Analyse von Textgeschäftsdaten anwenden? Textdaten können aus einer Vielzahl von Quellen stammen, z. b. Aus Beiträgen in sozialen Medien, Kundenrezensionen, Umfrageantworten, Chatprotokollen und mehr. Es ist wichtig, eine Datenquelle zu wählen, die die Informationen enthält, die sie zur Beantwortung ihrer analytischen Fragen benötigen. Wenn sie beispielsweise die Stimmung ihrer Kunden verstehen möchten, benötigen sie Daten, die Kundenmeinungen enthalten. Auch das Format der Textdaten ist wichtig. Textdaten können unstrukturiert, z.B. Freitext, halbstrukturiert, z.B. Strukturiert mit einigen unstrukturierten Elementen oder strukturiert, z.B. Tabellarische Daten, sein. Jede Art der Daten erfordert unterschiedliche Vorverarbeitungs- und Analysetechniken. Sobald sie eine Datenquelle und ein Format ausgewählt haben, ist es an der Zeit, die Datendatei für die Analyse vorzubereiten. Dieser Schritt umfasst Aufgaben wie das Entfernen doppelter Datensätze, die Standardisierung von Formaten und die Tokenisierung von Text. Bei der Tokenisierung wird eine Textfolge in kleinere Teile, sogenannte Token, zerlegt. Bei der Codierung wird jedem Textteil ein Code zugewiesen, um die Analyse zu erleichtern. Es gibt viele verschiedene Codierungsschemata, aber das gängigste ist die Themencodierung. Bei der thematischen Codierung wird jedem Textabschnitt auf der Grundlage seines Inhalts ein Code zugewiesen. Wenn Sie z.B. Kundenrezensionen analysieren, könnten Sie Codes für positive Stimmung, negative Stimmung und neutrale Stimmung vergeben, nehmt Entity Recognition. NER ist eine Textklassifizierungstechnik, die benannte Entitäten in Texten identifiziert und klassifiziert. Zu den benannten Einheiten gehören Eigennamen, Orte, Organisationen und Produktnamen. NER kann verwendet werden, um Informationen aus unstrukturiertem Text zu extrahieren. Wie kann sie für geschäftliche Zwecke genutzt werden? Die Themenerkennung ist eine Textklassifizierungstechnik, die jedem Textabschnitt auf der Grundlage seines Inhalts einen Code zuweist. Wenn Sie z.B. Kundenrezensionen analysieren, könnten Sie Codes für positive Stimmung, negative Stimmung und neutrale Stimmung vergeben. Bei der Bewertung der Textähnlichkeit werden zwei Textabschnitte miteinander verglichen und je nach Ähnlichkeit mit einer Punktzahl bewertet. Die Textähnlichkeitsbewertung wird häufig verwendet, um doppelte Texte zu finden oder zur Erkennung von Plagiaten. Das Modul Text, Similarity im Perlpaket Text, in Grams bietet eine einfache Schnittstelle für die Bewertung der Textähnlichkeit. Wie kann sie für geschäftliche Zwecke genutzt werden? Die Textanalyse ist ein leistungsfähiges Werkzeug, mit dem sich bessere Geschäftsentscheidungen treffen lassen. Es kann verwendet werden, um die Stimmung der Kunden zu verstehen, um doppelte Texte zu finden und um Plagiate zu erkennen. Textanalyse kann auch verwendet werden, um den Inhalt von unstrukturierten Textdaten zu verstehen. Dieser Leitfaden für Einsteiger zeigt Ihnen, wie Sie Textanalyse für geschäftliche Zwecke nutzen können. Die Textanalyse ist ein leistungsstarkes Werkzeug, mit dem Sie bessere Geschäftsentscheidungen treffen können. Es kann verwendet werden, um die Stimmung der Kunden zu verstehen, um doppelte Texte zu finden und Plagiate erkennen. Textanalyse kann auch verwendet werden, um den Inhalt von unstrukturierten Textdaten zu verstehen. Textanalyse kann auch verwendet werden, um den Inhalt von unstrukturierten Textdaten zu verstehen.